Meine Güte, da kannst du nicht einmal sagen, gut, ja, ja, jetzt, äh, nö. Ich wundere mich schon, warum hier keiner irgendwas sagt auf einmal. Und dann merke ich, oh shit, Internet's dead. Wow, fuck yeah, geil. So was braucht man in seinem Leben. So, was können wir denn mal machen? Ach so, abgeschlossen. End-Quest? Ja, ich glaube, das ist etwas, was ich noch nicht machen sollte. Super Glückgutscheine, aha. Ja, bei einem Bekannten an der Quest, ein Bonus hinzugefügt. So viele Quests belohnen sind garantiert, belohnen werden verdoppelt. Ah. Ja, ich, ja. Bereits noch auf, weil wir geladen sind. Aha. Ich meine, jetzt mit den Anfangs-Quests will ich euch sowieso nicht behagen. BZW, ich habe keine Lust, dass hier Leute mit diesem, äh, Level, was weiß ich, 10.000-Gear, äh, meine Tutorial-Quests irgendwie wegmachen und ich mir denke so, ja, geil. I did literally nothing the whole game. Deswegen, äh, ja. Also wenn ich se- Ah. Deswegen, wenn ich irgendwann selber mal, also wenn ich selber ein bisschen damit zurechtkomme, dann machen wir auch mal hier zusammen was mit der Community gemeinsam jagen. Aber ich möchte erst mal zu Anfang, weil ihr habt das Gefühl, wenn ich das jetzt, wenn ich euch schon dazu holen würde, würde ich nichts aus dem Ganzen lernen. Ich wäre wie Armin, ja. Ich befehle, ich befehle zu töten und das möchte ich nicht. Ihr möchtet selber töten, das ist, äh, ne. Okay, wir müssen eine gewisse Zahl von Kestodons erlegen. Es sind in letzter Zeit viel zu viele geworden. Genau. Okay, dann. Die Gebietskarte zeigt deine Position an und wohin dich die Speerkäfer führen. Du kannst zudem Monster im Blick behalten. Sind das eure... ...Nestodons? Scheinbar nicht. Ja, scheinbar nicht. Aber ich kriege von euch rohes Fleisch. Moment, ich kann dich nochmal ausnehmen. Ich kriege rohes Fleisch von dir. Nice. Ah, da sind sie. Das, mein Freund, sind Kestodons. Zeig mir, dass du sie alleine erledigen kannst. Ah, noch muss ich... An die Luftmove muss ich mich noch gewöhnen. Aua. Hat der mich gerade aus der Luft gedroschen, der Penner? Dieser Kack-Dino. Alter. That's what you get. Und du? Okay, Kleiner. Stylisch vor allem. Zucken die Dinger noch? Gästodon-Panzer. Gästodon-Skull. Okay. Oh, nein. Sieht aus, als wäre ich in der Schule. Wow, Kamera. Hi. I have to hunt. Mäh. Bin unterwegs, mein Dude. Bin schon unterwegs. Laufen kostet keine Ausdauer? Okay, aber einen Wettstein brauche ich offenbar mal. Moment. Ich mach das mal. Ah. Hier drüben. Ja, ja, ja. Meine Güte. Bin doch schon unterwegs. Mio, na, na, jo. Das sind mal jetzt große. Ach nee, das sind auch nur solche. Aber gut, ich beschwemme ja nicht über rohres Fleisch. Ein bisschen White-Life-Killen. Ich kann beim Looten einfach den Knopf gedrückt halten. Und jetzt bin ich Max. Okay. Ich bin voll. Ah. Sei vorsichtig. Cool, Steine. Ich laufe da mal hin, ne. Hope you don't mind. Nimm das, du Vieh. Nimm das, du Vieh. That's what you get. Ich beschmeiße euch so lange mit Stein, bis ihr keine Lust mehr habt. So einfach ist das. Ich beschmeiße euch auch weiterhin mit Stein. Und dann realisere ich, dass ich meine Waffe nicht draußen hatte. Au. Au. Can't see shit. Yeah, well. Die Kamera ist echt nice gerade. Hier in so einem Felsen. Ja, hab mal einen Anfall mit der Wand. Wie wär's damit? Shit, mein Dings. Wieso kann ich nicht? Also jetzt kletter ich. Ja, gut. There we go. Wow. Gute Arbeit. In die Kamera muss ich mich wirklich noch gewöhnen. Moment mal. Hey, komm mal her. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Kann grad nicht. Muss erst mal hier noch, ne? Da wollte ich gerade spenden und so. Und so. Ja, das war dein Internet so. Nö. Na ja, immerhin dann eine schöne Überraschung zum ÖH. Ja, das ist wirklich. Anführungszeichen. Ja, ha, 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 Anführungszeichen. Vielen Dank, mein Dings. T-Rex. T-Rex. Yo. Ich bin aber bereit. I can do this. I have no friends. Ich nehme die Fußabdrücke einfach auf. Oh. Achso. Gut. Du entdeckst viele Hinweise. Äh? Das 4 hat sich's mittendrin anders überlegt. This looks gorgeous. Also ohne Scheiß. Das Spiel sieht echt verdammt geil aus. Okay. Äh, okay. Da seh ich doch was. Oder auch nicht. Ich will zu finden, der Pilz. Aha. Wie hat sich das Ding hier durchgequetscht? Woa. Hey, Missy. Hey, Missy. Oh, shit. Oh, fuck. Das... Ich wusste nicht, dass das geht. Schliess sie gar nicht. Laber nicht. Ja, super. Jetzt krieg ich das natürlich nicht mehr hin. Oh, Gott. Steh doch. Wieso stehst du nicht auf? Ich war in der Luft. What the fuck? Bleib doch mal. Einmal. Du Fickvieh. Oh, jetzt. That's what you get. Ich büchse dich. Du Mistvieh. Stech dir das Auge aus. Oh, fuck. Stech dich ab. Du Vieh. Gib endlich auf. Okay, es ist am Boden. Jetzt kannst du ran und es erledigen. Also, das Monster ist müde. Jetzt ist deine Chance, ordentlich Schaden anzuhalten. Ah, fuck. Dieses Mystery. Egal auf die Gäfer. Ja, aber ein Schaden. Das war konstanter ein Schaden. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das hat er gespürt. Gucken wir erst mal. Ah, nee. Das ist ein Neujahrgas. Machen wir hier oben erst mal weiter. Aha. Er geht nur in die andere Richtung. Es sei denn, das Ding läuft falsch rum. Oder das Ding macht den Michael Jackson. Aus dem Weg, ihr Viecher. Ich habe keine Zeit für euch. Oh, oh. Ja. I failed at that one. Du, alter. Du bist echt scheiße. Weißt du das? Ey, jetzt braucht ich wieder drei Jahre zum Aufstehen. Bleh. Seine Waffe verliert ihre Schärfe. Geh auf Abstand und benutze einen Wetzstein. Ja, geil. Ich weiß nicht, das mit dem Wetzstein, das habe ich damals schon nicht gemocht. Fertig, Mann. Tankiges Mist, wie? Ich glaube, mir würde die Kamera mit mir arbeiten, dann wäre es sogar noch, wärst du schon tot. Hat sich das Ding einfach auf mich gerollt? Ja, geil. Ich bin durch ihn durchgefallen. That's geil, shit. Ja, fuck me. I'm almost dead. Ja, geil. Du fettes Ding. Bleibst du jetzt gefährlichst hier? I'm sick of your bullshit. What? Wait, what? Sabbel mich nicht zu. Ich habe keine... Ich habe nur noch den hier, aber gut. Wenn du dann Ruhe gibst. Oh. Alter, friss dich meine gesamte Ausdauer, du Mistfie. Nee, nee, nee. Stirb doch aus, du... hässliche Kreatur. Dein Leben. Ich bin so ein Held. Gotcha. Das blüht dir jetzt nochmal. Ruck dir dein Auge raus, du Vieh. That's what you get. Ouch. Wow. Ich habe mich einfach wieder an ihn geenterhooked. Und piekst ihn weiter. Nimm ein Damage, du Vieh. So. Bist du jetzt endlich tot? Alter, war weiter, wirklich? Das ist ja wohl nicht dein Ernst. Das Monster ist fast am Ende. Bestimmt wird er sich in sein Nest zurückziehen, um sich zu erholen. Just fucking die! Alter! Du blödes Vieh. Da brauchst du gar nicht so hässlich rumzulassen. Ich schneide dich gleich in Stücke. Aber erstmal muss ich mein Ding wieder haben, ne? Ich habe vergessen, wenn man die Käfer benutzt, okay? Du Mist, Vieh. Geht doch! Mist, Vieh. Ach ja. Ja, zieh einfach alles aus diesem Vieh raus. Was willst du? Was willst du, Olle Eindexe? Get flashbanged! Ich hatte noch 10 Sekunden. What the fuck? Ich glaube, wir haben eine Spur. Einer von euch wird sterben. Ah, das ist der wahre Timer. What the fuck? Der wahre Timer? Hey. Hey. Was ist das denn? Pukai, Pukai. Du hast recht. Ein Pukai, Pukai. Whatever you mean. Lalalalalalala. 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 Bech. Etwas hat ihn aufgeregt. Ich glaube, der hat schlecht gegessen. Seht mal da drüben. Was zum Geier ist das? So etwas habe ich noch nie gesehen. Ob das vom Sura Magdaros stammt? Ich würde es gern herausfinden. Aber wir sollten zuerst Bericht erstatten. In Ordnung? Haben wir uns einfach neben dem Vieh unterhalten? Das Vieh dachte sich, ja geil. Was haben wir denn hier? Da ist ein Erz. Brustkugel. Monsterknochen. Ah. Achso, wenn man hier oben anfängt. Ahaha. Yay. Ne? Ich habe das Gefühl, ich habe noch nicht mal bruchweise verstanden, was ich in dem Spiel komplett machen muss. Oder wie ich es richtig machen muss. Das ist das Problem. Einfach, wenn du seit Jahren kein Dings gespielt hast. Und ne? Ja. You have no idea. You just punch stuff. Also, ich nehme Viecher aus. So schaut es aus. Was ist leider super sonnig? Bis denn? Bis denn? Oh Gott. Würdigkeit, piss auf. verstehe genau okay so aber das lager aufgeschlagen ist kannst du mit der jagd auf den ich frage mich wo die ressourcen zentrale ist so aber erst mal erst mal wie noch mal in die schmiede weil ich glaube ich werde mir eine andere waffe zulegen ich glaube ich spring doch auf eine andere waffe um okay wof versuchen wir es mal mit dem katana so ein knochen katana versuchen wir das mal das ding sieht auch nice aus yes rüstung oh oh das ist mal das sieht stylisch aus ach da das brauche ich dafür aha auch nicht schlecht ich glaube ich sehe es mal zu dass ich hier von das davon das gesamte set krieg mein typ sieht echt nimmt der zu im gesicht oder kommen wir so vor ich habe auch wieder knochen für ok auch was ich könnte es verbessern könnte ich nicht ok hat sie also erledigt das könnte ich aber machen oder auch nicht kann deshalb nicht erreicht werden nee weil ich das nicht ausgerüstet habe oder achso nee weil ich das hier dafür nehmen muss ja macht sinn also robert da hatte ich erfolgreich angekündigt ah ok es funktioniert also auch cool ja aber mal nehmen wir dann eher das hier aha weil hier können wir sowieso noch nicht weitermachen und das ist jetzt gerade genauso stark ja machen wir mal so versuchen wir es mal mit dem katana vielleicht haben wir damit ja aber damit eine eher eine chance vielleicht sind wir dann wir stellen mich damit weniger scheiße an manchmal kannst du ein team mit bis zu viel spielern aber ja da ja da ok will ich doch noch gar nicht ist aber schön dass ich schon kann es gibt aktuell hier gar nichts nur event quest und event quest sind glaube ich ja ein bisschen overkill sowohl die achter kann ich hier nicht einfach runter einfach runter hopsen hey das macht mich so ein typ von der seite an ja jeder empfiehlt mir die morph ups axt aber ich finde die irgendwie mein sie ist cool ja aber du bist so nett zu mir aha danke sombra sind geil fürs farben mache ich immer solo ok ok enttäusche mich nicht ok so wie ich es ist auch ich habe ich es ich habe es ich habe es habe es was ach so ach ich verstehe also einmal voll machen würde ich sagen enttäuschen ok starten wir diese expedition wir treffen uns am tor also ok ich gehe mal einfach aus dass man einfach mal sind ob sie zusätzlich über für ja habe ich schon fast gedacht dass du kannst du einfach nebenbei machen genau jetzt gerade sind wir in astera wenn du zu einer expedition aufbrechen möchtest öffne deine weltkarte und wähle ein ziel für diese expedition müssen wir zum uralten wald gehen je tiefer wir in die neue welt vordringen desto mehr expeditionen können wir starten eine gute motivation oder ah ah ok so langsam klicke ich aber wie gesagt das ist für mich ist das ein riesen spiel ich muss erstmal das ganze ne ich weiß ich wiederhole mich aber es ist ist ein riesen spiel da muss man sich halt erstmal ein bisschen dran gewöhnen nicht hast du tun es ist immer zu essen steht das habe ich jetzt vergessen gab das essen vergessen ich kann auch im basis lager essen ah ich habe eine mahlzeit ausgelassen so könnte man sagen ich wollte gerade sagen kann ich nicht einfach fleisch braten und dann sagen nur ist gut die ladezeiten sind mal ein bisschen länkchen aber gut dafür sind in game keine ladezeiten also in game und was ist eine steine zum hinsetzen expedition und mächtig wirst aha ok i guess lass uns nach dem lager suchen falls ich das lager zuerst erreiche oder du die orientierung verlässt öffne die karte oder nutze die spähkäfer um mich zu finden in unserer mini kantine hier gibt es essen das dich für die jagd stärkt gib mir fleisch wenn du die basis verlässt ohne dich zu einer quest gemeldet zu haben begibst du dich auf eine expedition du kannst so oft ohnmächtig werden wie du willst nutze das um nach lust und laune zu erkunden hm mhm ok dann ach achso und dann kann ich von der expedition zurückkehren ok so dann wollen wir mal gucken wie jetzt unser neues katana funktioniert mein jetzt wo wir so ein ne oh fußbohren das ist ja interessant wir sollten allen in der ressourcenzentrale davon berichten wenn wir zurück sind ah ich kann auch jederzeit so hier ausrüstung ändern ach schau mal dis fuckface mit dir habe ich noch eine rechnung offen oder du haust einfach ab ok gut dann hau einfach ab ich brauchte ich sowieso nicht Mistvieh ach geil eine dreckprobe oh geil eine dreckprobe Na komm, pack weg und nimm das Ding aus. Katana, man haut drauf. That's the point. You hit shit. Zack, zack. Zehn Punkte. Hä? Was bist du denn für einer? Ich liebe es zu angeln. Okay. Cool. Ich habe aber keine Ahnung. So, ja, das könnte ein bisschen problematisch werden. Ich habe keine Ahnung, mein Freund. So, die Sache muss ich einfach mal nebenbei. Erledige einfach mal so nebenbei. Ja, du verpiss dich mal. Ich habe gerade echt keinen Nerv auf dein Gejatze. Du willst, willst du streiten? Du kommst hier wieder zurück, klar. Du kommst hier zurück. Rein aus Protest. Ey, Kleines, ich habe deine Mami umgebracht. Was sagst du dazu? Um genau zu sein, macht das eigentlich nur, weil es mir die, ne? Es befehlt mir diese eine Side-Quest. That's what you get. Ach du Scheiße. Auf der Karte kannst du ein Zielort für die Speerkäfer festlegen. Hey, Papa! Ja, da wo das Ding hingeht, will ich glaube ich jetzt gerade mal nicht hin. Oder? Hm. Goop. Goop. Du schon wieder. Du benutzt das Netz zum Angeln. Ah, ich bin also so eine Art Angler. Hm. Lecker. Mit dir habe ich noch eine Rechnung auf dem Vieh. Ja, ja, ja. I got a new blade. You fuckface. Fuck. Aber du gibst mir immerhin was. Ich weiß das. Bleibst du wohl stehen? Ich bin mit dir noch nicht fertig. Ich bin mit dir noch nicht fertig. Gotcha, bitch. Komm her. Nee, 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 Kumpel. Du entkommst mir heute nicht noch mal. Du. Au. Was? Ripstream? Nee, Ripstream nicht. Hier ist nicht Rip. Oh, fuck. Stream ist doch nicht Rip. Nee, bei mir ist nicht Rip. Au. Das ist Rippchen. Das ist Rippchen. Das ist Rippchen. ouch freundliche kleine fehl die mich da gerade einfach mal geheilt hat dreh dich doch bei dem angriff mal bitte die kamera ne oh das gesicht geslashed fuck oh umgestoßen you still not dead fucking die ja geil jetzt fickt mich twitch auch noch das ist ja ganz toll ja ganz klasse war bei mir der stream läuft lecko mio lecko mio warum denn jetzt mensch hier drüben kann ich irgendwie ne pause gibt es natürlich nicht das ist ja ach geil dass es in diesem spiel so ein schönes pause menü gibt wo ich mal kurz checken kann ob alles tatsächlich noch läuft was ist das mistvieh ja geil jetzt verarscht mich twitch auch noch das ist ja dann ganz toll wo ist dieses vieh alter ich finde dich und fuck dich ab ich sag's dir bei mir schmack twitch auch rum still dead bei mir läuft es so an mir kann es leider nicht liegen bei mir läuft alles das ist ja ganz toll ganz dandy das vieh ist mir auch entkommen scheinbar stream immer noch dead danke twitch way to fuck me ach man das ist ja ganz toll warum muss twitch ausgerechnet jetzt so ein mega seine mega fuck zeit haben tut das not nur hier ist es tot ja das ist wunderschön es läuft aber leider deswegen muss das an twitch liegen weil bei mir läuft es mit wem rede ich dann überhaupt wenn es sowieso niemand hören kann was willst du nerven säge denn von mir ich schwöre dir sobald ich dich treffe ne ja fick dich auch ja sabbel mich nicht zu ich weiß dass ich nicht getroffen werden möchte du blöde nuss ja geil jetzt kann ich gar nichts mehr sehen danke kamera way to fuck me too alter ich würde auch gerne wissen was lage ist weil jeder sagt irgendwie es ist hier von wegen ne ne jeder sagt es ist hier im stream tot dabei ist er nicht tot deswegen ne ich glaube er ist auch ich kann halt auch nicht gucken jetzt weil ich hier mittendrin bin this is fucking pissing me off right now also wenn twitchy jetzt meint sich hier rumkacken zu müssen wegen mir dann ja danke schön dafür alter oh fick dich doch du Mistvieh ey ja geil läuft wieder ist ja wunderbar tat es zwar wie gesagt die ganze zeit danke dafür twitch fuck you was soll die scheiße nenn dich gleich youtube und fuck die kleinen leute noch mehr ja ganz ehrlich wie wärs wenn du Mistvieh jetzt auch mal krepierst so danke meine Güte und du Kreatur fuck off nerf nö aber es wie gesagt es pisst mich halt auf dass weil twitch hier rumkacken muss hier mehr leute davon laufen das geht mir auf nerf natürlich geht mir das auf nerf warum sollte es auch nicht das ist glaube ich das erste mal dass ich seit ewigkeit mal mehr als hier 30 leute dabei ja weißt du dann nennt sich twitch ne fuck you gerade in einem spiel wo ich nicht selber mal gucken kann wo ich selber nix machen kann warum war der network jetzt würde ich auch gern wissen deswegen ja jetzt sitze ich hier fast tot mit diesen Mistviehern habe keine High-Items mehr weil ich vergessen habe hier zu Anfang neues Zeug mitzunehmen und dieses andere Fickschnitzel der soll der will auch irgendwo was von mir oh gott die kammer die die karte ist ja auch ne da ist ja nicht hoch okay da auch nicht cool ne Nuss this is what I need was seid ihr denn was seid ihr für resistente Schweine ich meine ich meine wirklich resistente Sau na geht doch na geht doch na hier kann ich hoch und hier dann hier wo 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 ist denn der Typ ich weiß ja nicht heilen sich diese Viecher wenn ich jetzt hier in der Zwischenzeit wo ich das Ding nicht bekämpfe ich habe so das Gefühl zumindest ich bin grad einfach nur mega verwirrt wo ich hin soll wo ich bin wo ich hin soll dieser Wald ist mega konfus Monster heilen sich nie das ist gut das ist immerhin mal etwas das ist die erste gute Nachricht in den letzten 10 Minuten deswegen wird dieses eine ich habe ihn jetzt wenigstens mal gefunden deswegen das genügt mir eigentlich schon dass ich den jetzt mal gefunden habe den Dude hier den stinker oh meine Güte ja geilstes Feature in game das stimmt das stimmt genau und deswegen heißen die Deutschländer genau so was willst du knütteln jetzt von mir so was willst du jetzt von mir was willst du jetzt von mir mein Dude hallo wanna talk gut dann fuck right off dann geh mir aber auch nicht auf den Sack du willst doch reden oder sonst warum gehst du mir grad den ganzen ja gut dann fuck you geh ich halt weiter ich habe echt das Gefühl in der Rüstung sehe ich fett aus mhm 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 ah ok das ding hat einfach vor meinen Augen Pot zerstört Wenn wir diesen Störenfried nicht loswerden, hält das Lager keine Nacht lang. Ah, ja. Ah, ja. Aha, okay. Das heißt, den soll ich jetzt auch noch erledigen. Eigentlich habe ich noch mit einem anderen Vieh eine Rechnung offen. Um auf die Basis zurückzukehren, öffne die Weltkarte in der Gebietskarte und wähle Astera aus. Ach du Scheiße. Nein, möchte ich nicht. Das Ding hier möchte ich klatschen. Der geht mir schon die ganze Zeit auf den Sack. Und wo soll Astera sein? Ah, nee. Ach so, Weltkarte. Ach so, so könnte ich. Okay. Weltkarte. Ah, okay. Ich will jetzt erstmal dieses eine Viehplatt. Ich sterbe sowieso bei den nächsten paar Hits. Weil ich keine Highlight-Items mehr habe. Und warte mal. Kann ich? Kann ich. Yoga-Teleporten. Durch den Baum. Geil. Jack Shit. Das ist genau, was ich gebraucht habe. Wunderbar. Warte mal, war das nicht so, dass... Ah, die heilen doch. Ich wusste doch, da war irgendwas. Gut, dann muss ich halt so damit klarkommen. So, wo ist dieses Vieh jetzt? Irgendwo da oben. Wo Kraut ist. Kann ich irgendwie... Ja, hier, so kann ich zoomen. Da ist Kraut. Kann ich auch hier einmal durchgehen. Und Honig. Was ist denn Instant? Ach gut, jetzt seiwesen mal wieder davon was. Oh, das ist... Ohne Scheiß, aktuell ist mir das ja alles noch zu viel. Aktuell ist es für mich hier eine absolute Reizüberflutung. Und dreh dich doch bitte während des Ankers. Meine Güte, ich verlange nicht viel, aber ich verlange etwas. Meine Güte, drehe dich doch. Du Dune. Na, mein, kriege ich jetzt hier mal meinen gesamten Loot an diesen Biestern, klar. Ach, das Ding ist schon tot. Nee, 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 nee. Weg. Danke. Nimm alle sein Knochen mit. Kannst du irgendwann mal gebrauchen. Ach, vor allem Monsterknochen sind das. Umso besser. Okay. Back to the... Wait, what? Ach du Sch... Ja, geil. Was zur Hölle? Okay. Chill einfach, ja? Chill einfach. Okay, ich hab keinen Bock, mich jetzt mit noch so einem T-Rex anzulegen. Du schon wieder. Stay the fuck back here. Und du. Double trouble. Seine Scheiß-Roll-Attacke, ne? Au. Was hat er denn jetzt für einen Anfall? Ja, kotzt mich auch noch an. Das ist genau, was ich brauch gerade. Stream-Probleme mehrfach und ein Vieh, was mich ankotzt. Mhm. What I need. What I need in my life. You both fucks. Ah, geil. Danke für diese Info. Hätte ich nicht gedacht jetzt, wo ich so auf den Sack gekriegt hab und betäubt war. Oh mein Gott. Ich mein, du kannst mir auch einen Gefallen tun und einfach jetzt frühzeitig ins Gas beißen. Wie wär's damit? Den Gefallen willst du mir bestimmt nicht tun, ne? Hab mir schon fast gedacht. Das hab ich mir fast gedacht, dass du mir den Gefallen nicht tun willst. Sondern lieber an mir vorbeirähnst. Nein, 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 nein. He dead? He dead. Geht doch. Okay, noch mehr hat er nicht. Äh, Verhaltensweise ist quasi, Monster rumzutanzen. Aha. Was willst du, Fickvieh, jetzt von mir? Geh mir auf, er verpiss dich, ja? Ich trete auf, zu lange, um mich umzudrehen. Okay, there we go. Wenn ich jetzt schon Hilfe brauche, brauche ich das Spiel auch gar nicht weiterspielen, weil dann kann ich es einfach Leute für mich spielen lassen. Versteht ihr meinen Sinn? Deswegen, ich muss es ja selber erstmal drauf haben. Geh zu, dass du wegkommst, du kleine, nervende Eidechse. Richtig, Piss off. Weil sonst, ich könnte mir jetzt ja auch Leute dazu holen, aber wie gesagt, ich würde da irgendwie keinen Sinn drin sehen. Weil, klar, ich würde schon gerne mit euch spielen, das Ganze zusammen, aber ihr muss ja selber erstmal hier, ne? I have to learn it for myself. Ach, das Ding. Wo ist denn jetzt unser, unser nerviger Kuckuckfreund? Hier, da ist er. Der ist da oben hier. Den jetzt wieder zu finden, wird ein Spaß. Oder? Den Jagers bräuchte ich ja nicht. Der ist ja nicht mehr wichtig. Wow. Hä? Hatte ich gerade eine Erleuchtung oder was war das? Können Sie sagen, könnte markieren. Warte mal. Ah, so funktioniert das. Dieser Kuckuck geht auf den, der geht drauf. I will fucking murder this asshole. Weißt du, rennt hier rum, denkt sich, boah geil, ich hab ein Ei. Aber ne, nicht mehr an meiner Schicht. Den mach ich fertig. Nicht mehr an meiner Schicht. Ich mach den fertig, den Dude. Und wieder so ein Schwein. Schon wieder so ein Schwein. Achso. Alter, mein Dude klettert auch manchmal, als wäre das hier Devilman Crybaby, ne? Also, you know. Oh, schau mal, Fußboden. Ja, geil. Hat das Ding einfach... Ja, das ist ein Stein, du Vieh. Du bist mir echt zu merkwürdig. Ja, geil. Ja, geil. Der T-Rex ist auch noch da. Warte, warte, ich komm mit. Oh, fuck. Now I fucked up. Ich hab den T-Rex erzürnt. I am dead. Hat er dem Ding eigentlich jetzt gerade den Kopf abgebissen oder auch wirklich nicht? Ja, geil. Ich hab den T-Rex erzürnt. I am good as dead. Das Ding hat mich gewoneshottet. Das Ding hat mich gewoneshottet. Das ist cool. Das macht Spaß. Kreaturen, die einen oneshotten. Nee, wirklich. You don't say. Wirklich. Das hätt' ich jetzt nicht gedacht. Ja, geil. Wo ist das scheiß Vieh jetzt? Der Kuckuckfuck. Das ist unser Killer-Dino. Wo ist denn jetzt... Hier, dich suche ich. There we go. Ja, geil. Der hat mich gewoneshottet. Das ist... Das konnte ich wissen. Mein klar, das Ding war groß, aber ne... One-Shot. Also, one-Shot hätte ich nicht gedacht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, du Mistvieh. Bleib gefällig stehen. Ich schwöre dir, ich hab echt den Sack dicht von deiner Scheiße. Du willst sterben? Okay. Du willst sterben? Gut, ich erfüll dir den Wunsch. Bleib gefällig stehen. Ich hack dich in Stücke. Und ess dich. Nimm diesen fucking Stein runter, du Mistvieh. Ja, geile Hitbox. Ja, geil. Schmeiß den Baum um. Who needs wildlife? F-f-f-f-E-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V. Fuck you. I'm a stone. Stein. Na komm. Na komm. Trau dich. Try me, bitch. Ich hab grad einen ganz schlechten. Get on my bad side. Alter. Du Mistvieh. Bleibst du gefährlichst hier? Ich bin noch nicht fertig mit dir. Alter. Bleib dir gefährlich stehen. Dieses Mistvieh. Alter. Stay fucking still. Fuck you. Und nimm endlich diesen Schein. Noch so ein großer, wirklich? Ja genau, weil ich das gerade brauche in meinem Leben. Noch so einen großen, klobigen. Ja geil. Oh Alter, nimm endlich diesen Stein aus den Händen. Diese Unbreakingness von deinem Stein geht mir echt auf den Sack. Oh mein Gott, du erwartest echt auf meine schlechte Liste zu kommen. Ich merke schon. Oh mein Gott, wirklich. Ja geil, das brauche ich noch einen. Ich brauche unbedingt noch jemanden. Noch einen Feind. Am besten nochmal so einen. Fuckin. Alter. Könnt ihr euch wenigstens gegenseitig bekämpfen? Nee, du kannst mich bekämpfen. Du bist ein, ja, du bist ein ganz nettes Arschloch. Du stehst auf meiner Liste. Gleich neben dem Typen, der sich... Alter. Gedacht hat, boah, man dreht sich während Angriffen nicht, obwohl man sich dreht. Mach doch endlich. Das Vieh haut schon wieder ab, weil ich bin gleich tot. Ich habe gerade keine Zeit für dich. Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Dieses Mistvieh. Halt doch. Alter. Oh, Zunder. Zunderbeste. Du blödes Vieh. Habe ich nicht irgendwas? Ich habe eine Ration. Das Ding hat schon wieder einen fucking Stein. Alter, du regst mich auf. Du widerliche Kreatur regst mich auf. Du abscheuliche Kreatur. Pisst mich ja auf. Alter. Dieses dreckige Scheißteil. Das kann doch nicht wahr sein. Wart, 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 wart. Ne, doch nicht. Hier war doch Kraut. Das lacht doch hier eben noch. Hier, da. Oh, 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 oh. Honig. Mega mitnehmen. Das Ding wird jetzt sterben. I'm so sick of his bullshit. Ich habe so den Sack. Halt die Fresse, du übergroße Eidechse. Hä? Wieso? Du doch nicht. Was soll ich mit dem fucking Großjager? Wo ist dieses Mistvieh jetzt? Habe ich gerade gesagt, redet mit mir, ihr Mistviecher? Alter. Meine Güte. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ich spiele auch nur offline. Trotzdem wünsche ich mir, dass es manchmal einfach einen Pauseknopf gäbe. Äh, so. Wo ist dieses Vieh jetzt? Da bist du. Alter, dieses Vieh richt mich nur auf. Ja, geil. Spinnweben. Alter, ich finde dich und bolz dich um. Ich habe so die Schnauze voll von dir. Blödes Mistvieh. Warte, was war das? Da war doch irgendwas. Ein Spinnennetz. Mmh, geil. Nee, du bist das nicht. Du bist ein anderer, oder? Du bist nicht der, den ich suche, oder? Du bist der, den ich suche. Okay, you're gonna die. Ich hack dir literally mit einem übergroßen Katana den Hals ab. Und das interessiert dich einfach nicht. Doge doch weg, Mensch. Du bist der, den ich suche. Alter, das ist wirklich, I wanna rock. Das ist wirklich, das Vieh besteht aus Stein. Du mit deinem scheiß Stein. Du mit deinem verkackten Stein. Nein. Ja, fick dich hart, ne? Mhm, finde ich schön. Oh, ja. Alter. Oh, ja. Mmh, ja, geil. Spaß. Mmh. Stunlock. Oh, geiler Spaß. Oh, geiler Stunlock. Du. Du. Fucking du. Alter. Hä, wo zur Hölle? Das ist ein anderer Weg hier, oder? Wett, wett, wett. Ach, gut. Alter. Weißt du, das Vieh sieht aus wie Haut und Knochen, ne? Aber offenbar ist mein Dude so wenig machbar irgendwie Schaden zu drücken. Ich weiß nicht, es scheint mir einfach super unlogisch irgendwie. Ich dresche auf dieses Vieh ein, wie nichts gut ist, aber das denkt sich, ne. Ne. Not feeling it. Das finde ich so merkwürdig gerade. Liegt nur an der Waffe. Ah, ja. Okay, gut. Ich bin also, gut. Ich verstehe es nicht. I don't get it. Was ist ne richtige Broken Waffe? Muss ich ne Broken Waffe nehmen, damit das funktioniert? Ich verstehe es nicht. Right now, denke ich mir, why? So, meine Fresse, du Vieh. Alter. Hä, da oben? Hä? Achso, hier, das Ding ist hier hochgegangen. So, mach es jetzt. Ihm macht doch schon mit Dings, ne? Drehen! Alter, bleib endlich stehen! Oh, meine Güte! Alter! Du wertlose Stück Kreatur! Das kann nicht wahr sein. Ich schneide ihm das Gesicht auf mit nem fucking Katana. He doesn't fucking give a flying fuck. Das ist Monster Hunter 4, ja. Den da sollst du anvisieren. Fick dich halt. Fick dich halt. Warum nicht, ne? Fuckin' die! Fuckin' die! Ja, hab wieder deinen Stein, ne? Das ist schön für dich. Alter! Bäh! Lass den doch mal anvisiert jetzt! Oh, Himmel, Arsch! Bleib doch jetzt mal hier stehen! Oh mein Gott! Das kann doch nicht wahr sein! Mit diesem Vieh! Das hält ja mehr aus als der letzte Boon! Oh mein Gott! Lauf doch noch weiter! Blödes Mistvieh! Lass mich das Ding ausnehmen! Ausschneiden! Meine Güte! Drecksvieh! Gott, das will! So, wo? Ach, du Scheiße! Jetzt soll ich zu diesem Lager wieder zurückfinden! Ach, Kage! Das war doch hier irgendwo! Ich habe keine Ahnung mehr! Ich bin so confused! Höhlenmalerei? Wtf? Cool, ich glaube. Okay, achso, jetzt soll ich komplett so zu... Okay, gut, liebend gerne! Äh, whatever! Schmiede! Alter, wieso sehe ich in der Rüstung so fucking fett aus? Äh, oh boy! Wenn das so weitergeht, haben wir ein Problem! Und wenn das so weitergeht, dann haben wir ein wirkliches Problem! We got real problems! Ugh! Ja, Mensch, ist so... Dafür, dass wir bei knapp 60 Leuten waren! Danke, Twitch! Thanks a lot! Ich hab was Besonderes! Nur für dich! Aha! Sag mal... Sag mal... Ja, ich weiß! Ich war sogar tatsächlich bei knapp 60! Und da hat sich Twitch gesagt... Ne! Fuck you! Ach ja, die Pilze fehlen noch... Achso, das sind alle neu... Okay... Okay... Eigentlich gesagt, ich wurde zur Schmiede... Hm... Deswegen nervt mich das ja ehrlich gesagt auch so... Weißt du, da bist du einmal tatsächlich bei deinem... Aus eigenen Stücken irgendwie mal über den 30! Und dann sagt sich Twitch... Nö! Fuck you! Jetzt ist hier... Erstmal down! Erstmal downtime! Mensch, Mensch! Deswegen, das regt mich grad echt irgendwo auf! Was? Hä? Moment, was hab ich jetzt gemacht? Hab ich dasselbe noch... Ich Idiot! Nein! Nein! Ich döde! Ja, ist gut zurück! Ich schwachkopf! Meine Güte! Wollte ich doch gar nicht! Grillspießmeister! Ja, das hilft mir! Das wird mir definitiv helfen! Okay, das... Ist aber auch cool! Hab ich aber wahrscheinlich bei weitem noch nicht genug für! Cool! Ja, aus den Fickern! Aus den würde ich mir mehr gerne aus... ...als nur Rüstung schneidern! Okay! Gott, je mehr ich an meinen Typen ransetze, desto beschissener sieht er irgendwie aus! Das ist irgendwie echt erstaunlich! Ich seh irgendwie immer kacke aus! Da fehlt mir Fragezeichen für und da brauche ich Schuppen von dieser Mistkreatur! Ja, es wundert mich nur, weißt du? Irgendwie nach dem Motto, ich habe meinen Typen nicht so designt und dann auf einmal... Okay, warte mal, dann machen wir die... Ne, warte mal, wieso habe ich denn den jetzt ausgelöstet? Das ist doch dumm! Warte mal! Hier ist doch eine Kiste! Ich seh ja aus wie so ein Typ aus Dynasty Warriors! Aber mehr so wie der Typ, der einfach nur überfahren wird! Ja, das kann ich ja nicht! Okay! Machen wir das mal so! Mal die ganze Rüstung ein bisschen hochbauen! Beschwer dich jetzt nicht über die Grafik! Also da kann ich jetzt gerade gar nicht drauf! Da bin ich gerade gar nicht gut drauf zu sprechen! Das ist das Höchste, was meine Internetleitung so bieten kann! Und 720p ist jetzt nur nicht, äh... You know! Mehr schaffe ich sowieso nicht! Ich habe mal versucht, Hör zu streamen, aber dann sagt mein Internet, ne! I die! Das könnte ich auch noch! Nehmen wir mal das hier! Das ist ein bisschen stärker! Alte Knochen... Kenne ich nicht, kenne ich nicht, kenne ich alles nicht! Alter! Ja, ich gebe ihm einfach mal einen Knüppel! Ich mache dem kleinen Mann einen Knüppel! Oh mein Gott, ja! Sorry! Das muss ich ihm bauen! Das ist, ne! Alter! Was ist das denn? Das ist auch nicht schlecht, aber davor brauche ich noch dieses Malachiterz! Oh, das könnte ich ihm aber auch machen! Was hat das für... Kann ich irgendwo sehen, was das für Effekte hat? Ah, hier! Achso! Ne, komm! Ich weiß, ich verschwende gerade hier meine ganzen Ressourcen für meinen Katzenkumpel, aber... Ah, hier! Das ist hier warum einiges schlechter eigentlich sogar, so wie ich das jetzt sehe! Wieso ist da kein Dings bei? Ja gut, dann sind die auch kacke! Gut! Wasted! Kann ich ihm das nicht... Ne, ich möchte das... Scheiße! Ach, Ausrüstung erlangen, hier! Äh... Wo mache ich das jetzt für ihn? Sekunde! Ah! Fuck my life! Wo sind wir denn jetzt? Oh, Mann! Das erinnert mich! Oh, sabbel mich nicht zu, ja? Danke! Hier muss ich doch seine Ausrüstung auch ändern können! Hier muss ich doch seine Ausrüstung auch ändern können! Stimmt, es kommt aufs Dead Sun! Jetzt ist es ein Badenskelett-Hase! Jetzt ist es ein Badenskelett-Hase! Mit wem? Mit wem soll ich? Mit wem soll ich? Was soll ich? Achso! Kommandant! Kommandante! Hey! Ja, ich hab's für 50 geschossen! Also... Das geht noch! Also du kannst es schon günstiger finden heute! Hast du gut gemacht! Hast du gut gemacht! Wir werden das schaffen! Ein dringender Auftrag für die Fünfte! Harper! Du solltest besser mal bei mir vorbeischauen! Was? Ey, du! Was? Ey, du! Hat man dir nie beigebracht, dass das unhöflich ist? Du Sackgesicht! Ey, du! Arschloch, ey! So, diesmal esse ich vorher! Gutschein bezahlen? Ich hab Geld! Das kostet ja nicht so viel! Hm... Joa! Ich meine, eine Katze zu haben, die für mich kocht, das wär schon irgendwo nice! Schade, es sieht immer gleich aus! Aber mein Dude schlingt einfach alles in sich rein! Ich will nicht! So oder so, ich will nicht! Oh nein! Wieso hab ich das Gefühl, dass das jetzt so die Ragequid-Mission wird? Jetzt no shit! Dieses Vieh rächt mich einfach nur auf! Es macht mich einfach nur aggressiv! Fest wird geladen! Was auch immer daran immer so lang geladen werden muss! Das Vieh ist einfach! Deswegen hat es mich auch gerade eben fünfmal aus dem Latschen gehauen und hat mich zur Weißblut getrieben, indem es immer wieder von mir wegläuft! Hallo! Ah! Yes! Hoch! Ach, luxury... im Low-R醒-Ragequid-Mission, warum nicht? Wenn das Spiel einem nicht passt, nicht gefällt, dann ist das nun mal so. Aktuell sieht das Spiel schön aus. So, das haben wir. Na, gucken wir mal. Musik ist meh. Also, ist nice, aber ist jetzt nichts, was ich auf meinem MP3-Player hören würde. Das Problem ist halt, ich habe damals Monster Hunter 3 gespielt und irgendwie, ich weiß nicht, ne? Das war irgendwie damals schon so ein bisschen meh. Ich habe halt gehofft jetzt, dass das hier ein bisschen besser wird. Bislang muss es mich noch richtig greifen. Sagen wir es mal so. Was bist du denn für ein Ei? Ich fand Tri super schrecklich. Tatsache, dass ständig dein Schleifstein alle war und du dann irgendwie nur noch mit einer nassen Nudel geschlagen hast. Ich weiß nicht, ich fand Tri absolut schrecklich. Aber es ist nicht das erste Mal, dass ich hier die unbeliebte Meinung habe. Du schon wieder. Ja, 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 ja. Fick dich. Ja, hallo. Hab noch weiter eine Mittelohrenzündung. Wie wäre es damit? Ja, macht ihr mal. Ja, geil. Das Ding... Okay, springt hier einfach hoch und chillt sich ein. Okay, ist gut. Schon verstanden. Out of my way to fuck me. Ist okay. Was ist denn hier los? Springt mir einfach hinterher und klatscht mir ein. Ah, wunderbar. What I need. So, wo ist denn diese Paku-Kant jetzt? Ich hab's doch gerade gehört, oder? Oh, warte. So, doch Pilze sammeln. Da war doch was. Ja, einsteigerfreundlich ist es hier auf jeden Fall, weil Trier hat mir Jack Shit erzählt. Da stand ich einfach meistens nur da und hab mir gedacht, so, was? Ihr geht mir jetzt nicht auf den Keks. Ja, komm. Wirklich. Wirklich kein Nerv, dass ihr mir jetzt, äh, ne? Oh, fuck off. Fußbohren. 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 Das, du bist nicht das, was ich suche. Du bist einfach nur hässlich. Ja, du bist einfach nur hässlich. Wie wär's, wenn du einfach, äh, ne? Wir gehen beide unserer Wege und du gehst mir nicht auf den Sack. Du bist nicht, was ich suche. Ja, da ist wieder die Nervensäge. Du willst du jetzt echt nicht aufhören, mich zu jagen? Glück gehabt. Das ist das Vieh? Hä? Ah, ich verwechsel... Verwechsel ich das jetzt mit dem anderen Teil? Verwechsel ich das jetzt mit dem Dodo? Oh. Oh, geil. Ich dachte, ich soll das Gift einfach tanken. Oh, mein Gott. Wie lange dauert es, ein fucking Gegengift zu fressen. Nein, so hin. Ja, geil. Fliegende Gegner, das braucht meine Kamera gerade. Wo ist denn das Scheißding jetzt? Oh, warte mal. Du bist schnell unterwegs, mein Freund. Du bist echt schnell... Ja, vor allem... Das ist ziemlich krasses Gift. Mal davon abgesehen. Das Ding hat echt angefangen, an mir zu saugen. Ach ja, fick dich doch. Oh ja. Komm, ex und hopp jetzt hier. Oh ja, komm. Fuck you too. Nein, 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 nein. Okay. Immerhin hat er mich diesmal nicht mit seinem Geklopsche erwischt. Brüll noch mehr. Okay. Okay then. Kurz weiter. Trink. Ah, geil. Das Ding hat Titan-Titten. Ja, es stört mich immer noch, dass wenn ich nach links und rechts drücke während Angriffen, dass er sich nicht bewegt. Das ist eigentlich, was Combat angeht, so mein einziger Makel wirklich. und die Kamera, weil die Kamera, die will offenbar an zu vielen Orten gleichzeitig sein. Oh, bitte. Lass mich ganz kurz in Ruhe, ja? Ich muss kurz mein Knochen schärfen. Okay. Habe ich dem Ding den Schwanz abgehackt? Ich glaube, ich habe dem Ding den Schwanz abgehackt. I did that. Kann ich das mitnehmen? Ich kann das Ding mitnehmen. Ich hatte auch nicht vor, hier zu essen, Spiel. Ja. Fuck me, Jerry. Ah, geil. Noch ein Problem. Ja, geil. Das ist ja ganz toll. Wieso ist das Ding jetzt hier? Das ist ein Flying Dinosaur. Ach, fuck. Ich dachte, das wäre... Oh, oh, oh. Oh, bitte. Sag mir, du hast... Natürlich hast du mich auf dem Kieker. Warum auch nicht? Natürlich hast du mich auf dem Kieker. Fuck, fuck, fuck. Cancel, 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 cancel. Can... Ja, geil. Mein Freund ist verschwunden und diese Missgeburt ist auf einmal da. Das ist ja wunderbar. Das ist ja wundertoll. Ich glaube nicht, dass das... Nee, das funktioniert nicht. Fuck. Kannst du hier nicht rein? Fuck. Oh, fix. Schnitzel. Natürlich kann... Ja, magst du noch ein bisschen länger kruppeln? Danke. Das Ding sieht mich doch, ihr Alter. Lass mich doch in Ruhe. Ich habe zu tun. War problemlos. Ja, faires Spiel. Schubst mir einfach raus. Danke. Geil. Das ist ja... Das ist ja wundbedingt toll. Das ist ja wundertoll. Lass mich raten. Ihr könnt das Ding auch hoch. Nee, es ist endlich weg. Meine Güte. Dreckiges Mistvieh. So. Back to business. Keine Ahnung, wie ich da jetzt hinkommen soll. Wo der... Wo bin ich hier? Okay. Richtige Richtung. Natürlich muss auch jedes Mal der T-Rex nerven. Because, why not? Na du Fickvieh. Och, leck mich doch. Und das meinte ich nicht so literally. Geile Heilung. Geil. Genau dann, wenn ich meinen letzten Trank benutzt habe. That's just dandy. Ja, fuck me, Jerry. I want you to fuck me. Wunderbar. Ich kriege gar nicht einen Krampf hier. Das Vieh. Soll ich denn jetzt da... Komm wenigstens her. Wie wäre es damit? Tut es sogar. Uh, geil. Halt doch mal für zwei Sekunden still. Wie wäre es mal damit? Ja, ich versuch's. Kann ich das nicht benutzen? Kann ich, okay. Treffer. Och, du Mistvieh. Jetzt verarsch mich doch nicht. Und wieder ist es weg. Kann doch nicht wahr sein. Duschgelgras? Was? Oh Mann, oh Mann. Eieiei. Da. Da. Oh, oh, oh. Warte. Oh, yes. Oh. Got your tail. Oh. Da ist zwar nichts mehr dran, aber ich piekse es trotzdem weiter. Oh. Right in your ass. Whoa. Oh. 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 Yes. Der move. There we go. There comes the damage. Den hätte ich gerne im Trainingsbereich gelernt. Du kannst die Streunus als Schleudermunition verwenden und damit Monster überraschen. Jetzt no shit. Den move hätte ich gerne vorher schon gewusst. Stand der im Tutorial? Boah, geil. Design des Szenen aus Sonic Heroes. Ich schlag mich nicht besser. Ich, äh, nee. Eigentlich nicht. Jetzt mach ich fertig, ey. Jetzt bist du fällig. Fuck you. Oh ja, komm runter. Oh, warte mal. Oh, 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 oh. Nein, du solltest... Das solltest du so runterspringen und dann so auf seinen Kopf und ihn dann hauen. This is what you certainly should do. Runter! Oh, leck mich doch. Du Mist. Magst du dich jetzt mal entscheiden? Entweder ein Arschloch sein oder... Kein Arschloch sein. Du Ernie und Bärdabschnitt. Ah, there we go. NANI? Danke für den Bärd. Stay. Fuck. 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 Ich bin doch rausgewichen, Nufi. Na gut, ist egal. Is dead. Fuckface dead. Reiß das Ding auf. NANI? Blödes Vieh. Es riecht. Ja, ich kann mal weiter vor mich hingiften, ne? Hm. Schusch. 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 Okay. Hm, okay. Okay. oh man gott ist das schon spät warte folgt ja ich muss mal gucken also ich gehe jetzt noch mal ein bisschen in die schmiede aber ich muss mal gucken hast du gut gemacht okay also wir starten die drachen ältesten untersuchung stelle sicher dass du weißt was du zu tun hast ich meine was mich am meisten aktuell noch stört ist storyline so ein bisschen ich meine im grunde die story beinhaltet geh raus klatsch viecher ich meine ich weiß auch nicht was ich erwartet habe to be honest vielleicht irgendwas cooles schmieden auch nur dieselben sachen ja also nennen wir es als story versuchen wir es story zu nennen die will ich eigentlich haben dafür war ich noch eine klaue von den viechern weil ich merke schon es geht irgendwie nicht darum was für effekt ist sondern viel wie ich aussehe ich merke schon es ist auch wenn das ist so we do it and this is how we do it das wird um so vieles cooler aussehen ich habe nur leider nicht mehr genug alte knochen sogar mit rock ja doch ich jetzt noch diesen helm hätte ne das ist sehr schlorig das ist ziemlich jetzt schlorig definitiv ein bisschen habe ich ja noch was monster knochen m und alte knochen shit da habe ich gar keine ahnung von da habe ich genauso wenige ahnung das ist ja wunderbar erdkristall dann könnte ich das ding hier machen versuch mal tracks keine ahnung was ein treck sein soll er meint den t-rex ja das ding das mich one-shotted good idea oh gott sei meine katze verschwindet da fast drunter what the fuck ja aber ich glaube ich werde jetzt mal speichern und dann schauen wir mal weiter speichern hier ja möchte ich deswegen ja das war es von hier für monster hunter world für heute